Bye-bye Photoshop. Ziemlich reißerischer Titel, wie ich finde und wahrscheinlich wirst du dir das auch denken. Aber es könnte tatsächlich Realität werden, denn seit heute gibt es eine neue Version von Lightroom Classic. Die Version 13.3. Wenn du sie noch nicht heruntergelangen hast, solltest du das auf jeden Fall nachholen. Ich zeige dir jetzt nämlich mal, was es dort für Neuigkeiten gibt und zwar ein sehr, sehr großes Update. Denn seit dieser Version haben wir das generative Föhn oder das Generative AI, wie man es auch immer nennen möchte, auf Englisch auch, in dieser Version mit drin. Das bedeutet, wir können also bestimmte Sachen einfach aus dem Bild herauskopieren und das übernimmt dann Adobe für dich. Und die Ergebnisse sind schon ziemlich geil, aber es hat auch einen kleinen Haken. Das zeige ich dir jetzt alles in diesem Video. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Viel Spaß. Ich habe Lightroom Classic Version 13.3 jetzt geöffnet. Ich bin im Entwicklmodul und als erstes hier mal eine Grundeinstellung drin, beziehungsweise werde ich jetzt hier einfach mit meiner Preset-Toolbox arbeiten. Die kann man sich auf lightroom-system.de mal anschauen. Da will ich jetzt einfach nur ganz kurz ein bisschen den Dynamikumfang erhöhen. Ja, viel mehr muss ich hier eigentlich gar nicht machen. Geht nur darum, dass wir hier so ein bisschen die Belichtung noch einstellen können. Und jetzt möchte ich dir das neue Tool zeigen, das generative Füllen oder Generative AI, wie auch immer man es nennen möchte, auf Deutsch oder auf Englisch. Das Ganze findest du hier unter dem Radierwerkzeug. Da hatten wir ja vorher immer die verschiedenen Modi, hier einmal den Radierer, den Kopierstempel und den Reparaturpinsel. Wenn du jetzt in dem Modus Radierer bist, dann gibt es jetzt hier die Checkbox Generative KI oder Generative Künstliche Intelligenz, wie auch immer. Ist noch in der Beta-Version, also ist noch nicht komplett fertig ausgereift, aber man kann sie schon nutzen. Und das Schöne ist jetzt wirklich, man braucht Photoshop nicht mehr. Ich habe mir jetzt hier mal ein Bild rausgesucht, wo ich sagen würde, das ist schon ein bisschen komplizierter. Und als ich Ende letzten Jahres auf Madeira war und dieses Bild hier gemacht habe, da habe ich mich schon einfach geärgert, dass hier so viele Personen sind. Und selbst in Photoshop, es hat einfach ultra lange gedauert, die ganzen Personen dann wieder rauszukopieren. Und jetzt scheint es so zu sein, dass man genau diese Funktion aus Photoshop direkt in Lightroom hat und entsprechend nicht mehr in Photoshop wechseln muss, um diese Probleme zu lösen. Und das werde ich jetzt hier einfach mal in Angriff nehmen. Ich werde jetzt also den Radierer nehmen, Generative KI hier, die Checkbox anwählen und gleichzeitig auch noch objektbasiert anwählen. Das hat einfach den Vorteil, wenn ich jetzt hier mit dem Pinsel quasi etwas ausmale, dass wir dann einfach nicht ganz hundertprozentig genau malen müssen, sondern Lightroom erkennt dann automatisch ein Objekt. In dem Fall ist es dann hier zum Beispiel die Person. Da zeichne ich jetzt hier einfach mal drumherum und nehme jetzt hier einfach mal die erste Person, die hier oben steht. Wird ganz gut erkannt. Wir können jetzt die Maskenverfeinerung noch benutzen. Das bedeutet, ich kann jetzt im Nachgang noch etwas hinzufügen oder was subtrahieren und ich kann halt die Größe von dem Pinsel noch einstellen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier unter Hinzufügen, weitermalen und hier diese Person im Vordergrund noch so ein bisschen rausnehmen. Denn die stört mich natürlich auch hier so ein bisschen. Jetzt male ich hier einfach mal so ein bisschen drumherum. So und male das hier auch einmal in der Mitte noch aus. Wobei, das man wahrscheinlich gar nicht muss, weil wir haben ja diese Checkbox angewählt, dass diese Objekte, Personen und so weiter automatisch erkannt werden. Also werden die dann auch automatisch ausgefüllt. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was hier passiert, wenn wir die entsprechenden Personen hier überall auswählen und was Lightroom dann am Ende daraus macht. Man sollte nicht zu viel auswählen, also wirklich immer darauf achten, dass man jetzt nur darüber malt, wo jetzt auch Personen sind. Hier vorne sind noch welche. Und da bin ich jetzt einfach sehr gespannt, was jetzt daraus passiert. Wichtig zu wissen, wenn ich jetzt hier einmal auf Anwenden klicke, dann wird das Ganze automatisch bei Adobe in eine Cloud geladen, dieses Bild. Das wird dort analysiert und bearbeitet und dann wieder heruntergeladen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen abhängig davon, wie gut ist deine Internetverbindung. Also diese Generierung läuft jetzt, aber das kann natürlich von Bild zu Bild und beziehungsweise von Internetverbindung zu Internetverbindung etwas unterschiedlich lange dauern. Deswegen möchte ich jetzt auch die Zeit nutzen, weil es dauert jetzt einfach auch ein, zwei Minuten vielleicht, dir noch etwas zu zeigen. Und zwar habe ich ja gerade eben schon von meiner Preset-Toolbox gesprochen. Diese Preset-Toolbox, das sind nicht einfach nur irgendwelche Presets, sondern das ist eine Toolbox mit Presets, die man miteinander kombinieren kann. Bedeutet, wir haben Presets für die Belichtung, wir haben Presets für die Farben und so weiter. Und die kann man miteinander kombinieren. Das heißt, du bekommst keine fertigen Presets, die nur auf ganz bestimmte Fotos funktionieren, sondern mit dieser Toolbox kannst du jedes Foto bearbeiten und mit jedem Foto ein perfektes Ergebnis erzielen. In diesem Lightroom-System, wo wir hier gerade sind auf dieser Webseite, gibt es auch zum Einstieg erstmal ein kostenloses PDF-Buch, die Lightroom-Formel in sechs Schritten zum perfekten Bild. Das heißt, du kannst dir dort das Ganze erstmal kostenlos anschauen und diese Preset-Toolbox, die es dann hier an zweiter Stelle gibt, die basiert quasi auf diesen sechs Schritten, wie man zum perfekten Bild kommt. Das heißt, du kannst dir erstmal kostenlos dieses PDF-Buch anschauen, kannst dir diese sechs Schritte verinnerlichen und dann mit der Preset-Toolbox in unter einer Minute dein Bild so bearbeiten nach dieser Formel und dann auch immer das perfekte Ergebnis bekommen. Die Preset-Toolbox, das ist eher für Landschaftsbilder geeignet oder auch Städtebilder. Dann gibt es auch eine Portrait-Toolbox, dasselbe quasi nur, wenn du mit Menschen arbeitest, also wenn du da Fotos hast mit Menschen, dann ist die Portrait-Toolbox vielleicht das Richtige. Und wenn du Lightroom richtig lernen willst, dann gibt es auch entsprechend drei Kurse hier. Einmal Lightroom-Lernen für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Profis. Kann man auch in einem Bundle kaufen, sowohl nur die Lightroom-Kurse, kann man alle drei zusammen auch für 99 Euro bekommen. Oder aber, wenn du das komplette Paket haben willst mit der Lightroom-Formel, mit einem entsprechenden Videotraining noch dazu, mit den beiden Toolboxen und mit den drei Videokursen, dann kannst du alles zusammen, statt 264 Euro zu bezahlen, für 150 Euro bekommen. Das an dieser Stelle mal eine kurze Werbung für das Lightroom-System www.lightroom-system.de. Den Link dazu findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was Lightroom entsprechend aus dem Bild gemacht hat. So, endlich können wir weitermachen. Ich sage jetzt wirklich endlich, weil es hat sehr viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt hier gerade zwar ein relativ schwieriges Bild ausgewählt, muss ich fairerweise dazu sagen. Und vielleicht liegt es auch an der Auflösung, dass es eine RAW-Datei ist mit, ich glaube, 48 Megapixel. Aber ich habe jetzt hier fast 20 Minuten gewartet. Und ich hoffe wirklich, dass das nur an meiner schlechten Internetleitung lag. Man muss dazu sagen, heute Morgen gab es Meldungen, Telekom hat Störungen. Ich habe keine Ahnung, ob das damit vielleicht noch zusammenhängt oder ob es wirklich so lange gedauert hat, weil das Bild halt so ist, wie auch immer. Wir werden es weiter ausprobieren, aber es hat jetzt echt lange gedauert. Dafür muss man aber sagen, das Ergebnis, mega. Also ganz ehrlich, ich sehe jetzt hier aktuell zumindest erstmal nicht, dass hier mal Personen drin waren. Und das Schöne ist, ich habe jetzt hier noch Variationen. Also das ist Variation 1. Ich kann jetzt hier noch hin und her wechseln zwischen Variation 1, 2 und 3. Irgendwie ändert sich nur hier oben wirklich was. Die anderen bleiben irgendwie alle so. Das ist aber auch vollkommen okay. Ich finde alle gut. Variante 3 finde ich besonders schön, muss ich sagen. Das fügt sich so ein bisschen nahtlos hier irgendwie ein. Lassen wir es mal bei 3 und dann kann ich im Endeffekt hier einmal auf Schließen klicken, wenn ich damit zufrieden bin. Wenn du jetzt alle drei Varianten nicht schön findest, könntest du hier auch nochmal auf Aktualisieren klicken. Dann wird das Ganze nochmal neu gestartet. Aber in meinem Fall jetzt hier bin ich mit Variation 3 sehr zufrieden. Und auch gerade, ich habe ja hier wirklich ein Bild rausgesucht, was schwierig ist. Also viele meiner YouTube-Kollegen haben Bilder genommen, wo einfach eine Person vor einem relativ unspektakulären Hintergrund ist. Ich glaube, das ist relativ einfach. Aber solche Bilder jetzt hier, wo man wirklich in die Details reingeht, wo solche Gräser, wo solche Felsen hier mit drin sind, also wo Struktur wirklich eine große Rolle spielt. Das ist schon ein bisschen komplizierter. Und ich muss sagen, dafür bin ich echt richtig begeistert, wie das hier rausgekommen ist. Es dauert relativ lange, aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Und wir sind hier gerade noch in einer Beta-Version. Also ich bin wirklich gespannt, wie das in Zukunft funktionieren wird, wenn das noch weiter verbessert wird. Du siehst also, es funktioniert richtig gut. Das Ergebnis ist richtig toll. Nur der Haken halt, es dauert relativ lange. Ich hoffe, es liegt nur an meiner Internetverbindung. Und vielleicht in Zukunft wird es auch schneller. Ihr könnt mir ja gerne mal Feedback geben, ob es bei euch schneller funktioniert hat. Es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Motiv. Aber da bin ich sehr gespannt auf den Langzeittest, der jetzt natürlich erst in den nächsten Tagen folgen wird. Ansonsten, kleiner Tipp, wenn ihr dieses Update herunterladen wollt, es wird euch vielleicht nicht direkt angezeigt, dann einfach mal die Adobe-App komplett schließen und neu starten. Und dann sollte euch das Update auf jeden Fall auch angezeigt werden. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Ausprobieren von den neuen Funktionen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch nochmal auf lightroom-system.de vorbei. Dort gibt es wie gesagt viele Videokurse und vor allem die Toolboxen für Lightroom, die ich euch sehr empfehlen kann. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!